Real nur unentschieden Befreiungsschlag für den FC Liverpool, um was für einer Die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann deutlich bei NK Maribor und feierte damit den ersten Champions-League-Sieg der Saison Durch das 7.0, 4.0, bei NK Maribor führen die Reds die Tabelle der Gruppe ein und mit 5 Punkten an Roberto Firmino, 4.54, Philippe Coutinho, 13., Mohamed Salah, 19.40, Alex Oxlade-Cimberling, 86., und Trent Alexander-Arnold, 90., trafen für die Gäste, deren Torhüter Loris Caris einen ruhigen Abend verlebte Liverpool profitierte zudem von der überraschenden 1.5, 1.1 Niederlage des bisherigen Spitzenreiters FC Sevilla bei Spartak Moskau Seine weiße Weste büßte Titelverteidiger Real Madrid beim 1.1, 1.1, gegen Totenham Hotsper in der Dortmunder Gruppe H1 Die Königlichen und die Spurs haben mit jeweils 7 Punkten aber weiter beste Aussichten auf das Achtelfinale Real-Innenverteidiger Rafael Farane, 28., traf zunächst ins eigene Netz, ehe Superstar Cristiano Ronaldo per V-Elf mit der Ausgleich, 43., den Weltmeister Toni Kroos herausgeholt hatte Torhüter Hugo Loris rettete den Gästen mit starken Paraden in der zweiten Halbzeit einen Punkt Manchester City hat durch den 2.1, 2.0 Erfolg gegen den SSC Neapel die Knock-It-Out-Phase fast schon erreicht Die Engländer liegen in der Gruppe F mit der optimalen Ausbeute von 9 Punkten an der Spitze City brannte in der ersten halben Stunde ein Feuerwerk ab und führte durch Treffer von Rahm Sterling, 9., und Gabriel Jesus, 13., verdient mit 2.0 Der italienische Tabellenführer Neapel kam aber langsam besser ins Spiel Dries Mertens, 38., scheiterte mit einem V-Elfmeter an Etterson, ehe Amado Diabara es besser machte und per V-Elfmeter verkürzte, 73. von Neapels Niederlage profitierte Schachtjoe Donetsk Die Ukrainer rückten nach einem 2.1, 1.1, bei Feyenoord Rotterdam auf Rang 2 vor In der Leipziger Gruppe G bleibt besiegt das Istanbul nach einem 2.1, 1.1, bei Frankreichs Meister Esmaneco mit 9 Punkten das Maß aller Dinge In der Leipziger Gruppe GmbH, 3.1, bei Frankreichs Meister